Island verabschiedet sich mit einem Hu. Nach der 1 zu 2 Niederlage gegen Kroatien war es Gewissheit. Bei ihrer ersten WM-Teilnahme müssen die Isländer nach der Vorrunde die Heimreise antreten. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Gylfi Sigurdsson brachte in der Hauptstadt Reykjavik zwar noch einmal die Hoffnung auf die Sensation zurück, doch der späte Siegtreffer der Kroaten besiegelte das Aus. Ich bin natürlich traurig über das heutige Ergebnis. Gleichzeitig bin ich aber auch stolz, dass sich Island, dieses kleine Land im Nordatlantik mit 350.000 Einwohnern, auf einer so großen Bühne präsentieren konnte. Wir werden zurückkommen.